wir brauchen noch mehr Aufmerksamkeit diese Elektrizität drüber Alter halt die Fresse jetzt was war das die hätten uns gar nicht du Affe was ist los sicher vorwärts hier ist 6-2 sind beisammelt von Bravo und ziel nicht in Sicht das Ziel ist in Bewegung müsst euch beeilen ist eure Chance dahin die Merk tut sich nicht neu wir sind zwei Fische sie schauen zu haben was sie wollen so eine gute Position zu planieren sie wissen wohl dass wir hier sind sie wissen wohl dass wir hier sind das war mein Fehler hoppala ich habe keine Ahnung wie viel Sauerstoff ich noch habe keine Ahnung wo der Tiefmesser ist das war das das habe ich doch nicht alleine gehört kommt gleich ein Monster so bei meisten Rollenspiele wenn man so ein ganz böses Monster unterwegs da ist es wir haben das Ziel um das hier startnah verkosten wir haben das hier wir haben das hier wir haben das hier wir haben das hier wir müssen uns hier durchschneiden ok Star Wars Laserschwert Das jagt mal einer in die Luft Scarecrow Verfolgendes Ziel können aber nicht angreifen Verstanden 2 1 Zieht euch sofort zurück Negativ negativ Wir suchen einen anderen Weg Alter was explodiert denn hier die ganze Zeit In den Leuchten Beste Idee das Ding ist halt am kippen Und die lassen ja alles explodieren Worauf muss ich denn schießen Ich rechne sie aus du lenkst sie Feuere Das war klar Das war so klar Das war so klar Das war so klar Ich hab's gesagt Aber läuft mich weiter keiner Ist das mein Luftschlauch Was zum Fick Ich kann nicht reden Ich mach es doch schon Ich bin gerade erst rausgekommen Oh shit 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 Scarecrow Hier ist 6-2 Der Ziel wurde neutralisieren Parten 2 kann starten Mami Mami Ich bin fest Vom Diener Und woher wissen sie Dass wir hier sind Da sind immer noch ein paar Fische Im Wasser Das war so klar Ich weich elegant aus Ich find's nur so geil Dass der Nix macht Der Arsch Ja schön Musst aber auch nix machen Du genießt diese Ozeantour hier Safari Scheiße Ja Irgendwann reicht's aber auch Ich bin ausgeschaltet Sieh rausgeschaltet Sieh rausgeschaltet Sieh nach dem Wasser Dumpenbach Entdeckung mit dem Schifter Ihr lacht los los Au! 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 Langsam! Hier sollten wir sicher sein! Halt nur die Augen auf! Hey, er hat einen Kill gemacht! Wieso ist der jetzt wieder vor mir? Ja, und jetzt werde ich natürlich wieder kreuzen können durch die Gegend geschippert! Fick dich! Nein, das... Hallo! Es ist echt schon wieder vorbei hier! Ja, ja, labern nicht so eine Scheiße und schwimmen! Hier sollten wir sicher sein! Wie soll es denn nicht schief schwimmen würde? Halt nur die Augen auf! Langsam sollten wir mal wieder... auftauchen, finde ich. Warum schwimmen wir jetzt nicht einfach hier raus? Kein Kontakt! Oh, Scheiße! Ruhig! Wenn du sie siehst, ist das ein gutes Zeichen! Hoffentlich haben sie keinen Hummel mehr! Sekunde! Das sieht nicht gut aus! Wir müssen nacheinander! Ich gehe von... Scheiße! Das ist einfach alle Niedermähen! Blöden Schweine aber! Was ist denn da?! Was ist denn da?! Was soll das denn?! Ich glaube, ich habe anscheinend gerade seine Mutter getötet! Ich habe keine Ahnung! Gut, wenn ich irgendeiner ballere, greifen sie Alan! Ich habe keine Ahnung! Ich habe keine Ahnung! Ich habe keine Ahnung! Wir müssen nacheinander ein! Ich gehe vor! Ich habe keine Ahnung! Ich habe keine Ahnung! Stopp! Hier ist noch Platz für einen von uns! Bleib am Eingang! Warte bis ich durch bin! Okay, jetzt du! Ich habe doch nichts gemacht! Verdammt! Jetzt du! Bedeutet für mich, komm mir hinterher! Okay, jetzt du! Denk dran! Langsam und auf Abstand bleiben! Versuche, ihre Bewegung vorauszahmen! Beeilung, sie kommen zurück! Los jetzt! Scheiße! 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 Jetzt habe ich mich doch schon irgendwo ein bisschen erschrocken! Hahaha! Okay, jetzt du! Denk dran! Langsam und auf Abstand bleiben! Versuche, ihre Bewegung vorauszahmen! Beeilung, sie kommen zurück! Los jetzt! Schweine! Blöden! Ja, ja! Bleib nicht von mir zu sein! Ich weiß, und der Typ, der bringt uns immer dahin, wo alles einstürzen kann! Weil das auch voll sinnvoll ist jedes Mal! Aber auf mich hört ja keiner! Ja! 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 Wie sagst du das? Die Vögel sind jetzt startklar! Am grünes Licht für Phase 2! Verstanden! 6 zu Ende! Die Tiefe! Und bei allem hing Rourke über mir wie eine schwarze Wolke! Wir hatten eine Bohrinsel zerstört! Eine ganze Flotte weggelockt! Einen Zerstörer versenkt! Doch da war diese eine Frage! Wo ist Rourke? Hier! Vor uns! Er ist wirklich so gut wie ein Geist! Aber was war jetzt mit ihm? Da war etwas in dieser Fabrik! Und die Föderation wollte nicht, dass wir es sahen! Doch wir waren gerade dabei herauszufinden, was es war! Yay! Aber herausfinden, was es genau ist, das werden wir erst in der nächsten Aufnahmesession! Mein Kater ist im Hintergrund gerade am Abspacken! Auf höchsten Niveau! Ich bedanke mich für's Zusehen! Wie immer, schritte alles in die Kommentare! Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online! Tschüss! Tage, Tag! Multiple! AT